Leute und YouTube-Zuschauer sowie alle, die jetzt Satz und Spender hier gucken, ich möchte gerne das mit den 2 Stunden, das Leute, da habe ich wirklich gar keine Lust drauf. Stattdessen biete ich euch an oder zeige im nächsten Abo-Spezial jetzt für 80 Abos gerne mal über 375 meiner besten Zeichnungen. Die habe ich schon alle geknipst, ich werde die jetzt noch bearbeiten und hochladen und bitte vergiss diese 2 Stunden Lucky Block. Leute, ich habe da wirklich keine Lust drauf, weil, ne, mein HDMI-Kabel ist so beschädigt, da kriege ich nur Ärger mit und ich muss erstmal 9 HDMI anschaffen und ich, ja, ich will mich nicht da vor diesen PC wieder setzen, obwohl ich es versprochen habe, aber ich sage euch deswegen, was einzigartig ist, was kein Gamer ist, ich hoffe, dass er damit auch, dass er das im Kauf nimmt. Und es sind wirklich über 300 Bilder, ich lüge euch nicht an. Die werde ich jetzt bearbeiten, dann nachher hochladen. Also, tut mir leid mit den Lucky Blocks, ähm, ich habe nicht immer Lust darauf, selber zu playern, ich will mir auch was anderes auch mal zeigen. Also, viel Spaß in den Änderungen des Abo-Spezials.